Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und Prost auf euch! Wir waren jetzt in Hogsmeade, wir gehen aber jetzt in die Raum der Wünsche, weil wir müssen was machen. Aha! Wir können im Prinzip, äh, Ausrüstung, hier das, seht ihr, geht einen hoch, ja, Offensive, aber 18 runter. Aber wir haben ja hier auch eins, ja, also machen wir den ran. Und dann haben wir hier, so, hier war jetzt nichts, was hochgeht. Offensive muss man machen. Offensive hoch, ne, aber auch nichts mehr. Ja, ich hab alles verkauft. Ja, ich hab alles verkauft. Genau, Offensive. So, jetzt muss ich jetzt gerade mal hier rüber. Und gehen, äh, hier hin. Wo war's, 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 irgendwas mit eins war hier. Ja, den hier, verwässern, anzeigen, können wir machen. Und können wir machen. Und können wir machen. Wir sind am öffentlichen Federn des Fluvups. Da brauchen wir schon wieder. Wir müssen unbedingt so'n Fluvup haben. Ach ja, genau. Und dann wollte ich ein Dreier drauf machen. Ein, äh, Gift 3. Wer muss hat da irgendwie, sag ich, schon mal ein Bader. So, mach mal besser. Okay, Platzwunder, Defendio und, 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 und. Guck mal, Platzwunder und alles. Das können wir jetzt auch verkaufen wiederum. Explosiv, Explosiv. Ich hab überall das Explosiv drauf. Grausamkeit. Explosiv, Explosiv. Ne, ne, pass auf. Da machen wir folgendermaßen. Da machen wir hier, äh, zerschneiden. Hier. Den machen wir drauf. Ja, da machen wir hier schon mal. Platzwunde. Explosiv. Grausamkeit. Ich hab nur kurz hier. Ich hab alle schädlichen Zaubersprüche. Das ist gut. Entwaffnung 3. Ja. Entwaffnung. Ach, das ist Entwaffnung. Hab ich hier gar nicht drauf. Verbrennen. Momentchen mal. Tee. Hier. Die hab ich gar nicht drauf. Ach, deswegen. Ey, da tun wir lieber entwaffnestatt das. Ach, ich bin doch blöd, ey. Entwaffne ich den nie. Okay, alles klar. Ja, gut. Dann haben wir das auch. Da können wir gar nichts machen. Wir haben nichts mehr. Malvenkraut. Und Dünger. Wollen wir mal ein bisschen Malvenkraut herstellen nochmal? Wo ich ja Kräuterischsamen gemacht hab, weiß ich nicht. Haben wir hier noch. Tarkula. Schrumpffeige. Einfach mal machen. Scheiß ich mal. Die findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Wir machen jetzt mal hier. Ein unsicherer Tränke. Jetzt müssen wir natürlich wieder alle füttern. Da hab ich auch kein Bock drauf. Ja, ehrlich nicht. Pfliwutsch. Pfluwutsch brauchen wir. Dann gehen wir auf die Weltkarte. Hier wollte er hin. Nuffball. So. Ja. Und dann nochmal herzlich willkommen zurück zu... Oh Gott, Legacy. Schon mal fünf Minuten rum, aber egal. Hahaha. Okay. Okay. Lass uns mal... ...hier hingehen. Hier, da wollen wir hin. Da wollen wir jetzt hin. So. Ja, da wollen wir hin. Da wollen wir jetzt hin. So. Rävelium. Tierwesen sind da, um gegessen zu werden. Tierwesen sind da, um gegessen zu werden. Ich weiß nicht, oder sind das keine Trolle? Weil die muss ich ja auch töten, ne? Ne, das ist ein Fucker. Mal rauf. Hm. Entwaffungszauber? Was war das? Das lässt du schön sein! Nein! Ich bin... Blossack! Sollte das so etwas... Überabschlick! Gefühlt sich das... Verschlick! ...despelung! Wille! Was bist du am Fliegen? Ich mein's nu! Du versuchst, auf dem Barscht und Trillseckpio! Ich hoffe doch! Es versuchst! Aschidus in Islam... He? Ach! Nur noch einer. Kannst du gleich erst mal. Ist da einer? Da bist du! Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Naja, hier hab ich schon alles, weißt du? Hallo? Hallo? Geh raus da. Problem, ich hab dich schon alles. Ich hab gedacht, das wird ein Troll oder sowas. Wir gehen weiter. Ne, ein Stroll. Warte, 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 ich hab was gesehen. Reveglio. Ja. Reveglio. Stattdessen. 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 Ah, hier ist schon wieder was schönes zu sehen. Ah, die haben uns jetzt ein bisschen verschärft hier. Aufschließen. Alohomora. Okay, dann wollen wir mal. Hab ich nicht richtig hingeguckt. Dann hab ich mir in die Tasse geguckt. Ahaha. Okay. So, jetzt haben wir wieder auf. Dann gehen wir mal rein und dann gucken wir mal. Reveglio. Oh je je. Aha, 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 aha. Contringo. Reveglio. Okay, okay, okay. Warte mal hier. War noch Volt. Contringo. Überm Klo. Ey, wie geil ist das denn? Ey, wie haben wir das denn geil platziert? Unterm Klo. Krass. Targamentrollen. Voll die Bücher hier. Cool. Aufschl weder. Ja. Conflingo. Reveglio. Reveglio. Ahaha. Warte, wo könnten wir den hoch? Hier, ne? Hier? Drei. Drei. Hm, muss ich mal grad wieder überlegen, wo man hochklettern können. Warte. Ach, wo war ich denn da? Na ja, hier muss ich drücken. Hier muss ich drücken. Und ein B. Ich weiß. Warte mal gar nicht. Jetzt höher geh. Ja, höher, 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 höher. Hier, hier, hier. Hier lande. Geht das nicht? Nein! Scheiße! Komm, lande noch, lande! Ha, 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 ha. Also fein gemacht, die Säcke. Nee, da, ha, 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 ha! Ah! Nein! Ah! Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ja, ich guck mal, ob ich den hier... Nee, das ist Blödsinn, was ich hier mache. Kann man ja nichts ansetzen, verdammt nochmal. Hä? Bin ich blind? Bin ich blöd oder was ist los? Guck mal da nicht hoch, ey. Ähm... Achio! Ungarion nerviosa! Achio! Vier! Drei... Vier! Aua! Aber ehrlich... Aaaaah! Glaubst du das, ey? Oder muss ich auf den Tisch legen? Nee, hier kommen wir nicht hoch. Kann doch nicht sein, ey! Wo kommst du denn hier hoch, ey? Verdammt nochmal, ey! Weil ich doch da... Aaaaa, toll! Ah, toll! Mein Gott, ey, das müsstest du dann... Jetzt kann man nicht... Äh! Wir springen nur wie so! Ach, hier. No, toll. Okay. Man, ey, sagt doch gleich, ey. Leute. Ey, guckt einfach nur zu und sagt nichts. Okay. Reveglio. 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 Warte mal gerade. Drei. Ach, vergiss es, ey. Die paar Kröten. Die paar Kröten! Drei. Das war nicht allzu schwer. Et ging. Et ging. Revedio. Liebe Sie es ging. Ach ja. Tja. Haben wir nicht alles, haben wir alles mit dir noch mehr, außer das Dinge hier, aber jetzt wollte ich es nicht. Ja, gut, wunderbar, haben wir es doch geschafft. Okay, haben wir das ja ja bucket hier, dann machen wir das hier. Aber das werden wir nicht fliegen müssen. Weil da hochlaufen. Revedio. Schöne Kugel rollen. Wer hier wohl gelebt hat? Du nicht. Naja, gut. Naja, gut. Lumos. Lumos. Wir gehen mal rum rum, wir gehen mal rum rum, geht als wenn das geht, heißt was, oh ja, hier ist einer. Diese Prüfung in Merlin kriegen mich nicht klein. Nein! Sehr gut, sehr gut. Die haben die Entwickler alles liegen lassen, das kann ja nicht sein, was die hier macht. Das geht ja wohl gar nicht. Okay, haben wir schon wieder das große Teil hier aufgeräumt. Dann würde ich mal sagen, jetzt können wir mal hier gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir die Flammen mal kriegen. Aber dafür werden wir laufen wieder. Weil wir müssen mal gucken, was es noch alles gibt. Jetzt rennen wir mal hier runter. Nein, es gibt ja noch was, was wir hier vergessen haben. Zweifellos schon lange verlassen. Nein, da hast du sowieso. Ja, und da hast du so tolle Burgen gebaut, ja, heute hast du nur so... Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ich geh mal hier runter. Okay. Wow. Grache. Reveglio. Cool. auch ein geiles bild ne geil da war ein drache hammer 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 aber da haben wir einen drachen gesehen wir haben wir haben wir haben drachen gesehen wir haben drachen gesehen die kriegt doch voll das ding ab oder nicht wir waren doch wahrscheinlich diesen typen braucht keiner was mehr zu tun alles verhext irgendeine folge mal ganz am ende fast ganz am ende fliegen wir mal dadurch die ganzen gegenden noch mal drüber mal gucken vielleicht schauen revelio ok Wo fühlt ihr mich denn hin, ey? Aber hier, was wir hier haben. Krass, oder? Oh, wie eine dicke Nuss hier. Ein Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Hier. Oh, hier ist ein Verkäufer. Ach, da müssen wir runter, alles klar. Okay. Kann das sein, eine Prüfung Merlins? Oh, ist das scheinig, oder ist das nicht? Da müssen wir erst mal hin. Ja, genau. Und das müssen wir jetzt zerstören erst mal. Genau, und dann müssen wir auch wieder hoch. Oh ja, toll. Dann stoßen wir das Ding mal. Ey, komm auch da her, mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, ob das klappt. Ne, 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 der hat den aufgehalten, okay. Nein, ich will das haben. Nein, 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 nein. Wo war ich denn? Nein, ja, 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 ja. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ah, okay. Pia. Jawoll. Der einfachste Weg ist manchmal der Beste. Ah, der Verkäufer. Ach, hier ist der Verkäufer. Ja, aber ich habe mich für viel verkauft. Aber vielleicht kann ich hier was kaufen. Na, schauen. Sehen Sie sich ja um. Nicht viel. Hm. Ein hervorragender Kauf. Naja, gut. Komm. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald mal. Aber selbstverständlich nicht. Hohohoho. Was hat man hier? Grevelio. Ach, Hunde. Äh. Ja gut, müssen wir eh vorbei, glaube ich, dran an den Hunden. Aber schauen wir mal. Aber schauen wir mal. Was hast du getan? Hm. Okay. Grevelio. Reveilio. Wir gehen heute hoch, wir gehen weiter hoch, wir gehen weiter hoch. Gucken wir mal hier nicht aus, finden, finden, alam alam alam. Ach, waren wir nicht immer hier? Warum waren wir doch schon? Hä? Werden wir noch nicht? Reveilio. Na gut. Warum auch immer. Ja, das war's für wieder. Herzlichen Dank für's zu gucken, wir machen nächstes mal weiter mit dem hier. Oh, Atrollo. Reveilio. Das war's für heute. Das ist ein Trollversteck. Ah, okay. Reveilio. Ja, aber danke fürs zu gucken. Das war's für heute mit Hogwarts Legacy. Abonnieren. Kontaktieren. Teilen. Daumen hoch. Teilen. Ja, das hab ich vergessen. Abonnieren. Kommentieren. Teilen. Glocke aktivieren. Kommentar da lassen. Ich wünsch euch was. Bis morgen, neuer Zeit. Bye, bye, baby. Rock'n'Roll. Und dann machen wir weiter mit dem hier. Ha, 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 ha. Ach. Hach.